Archimedes ist ein neues Konzept für die Charakterisierung von Proteinaggregaten im Mikrobereich mittels Resonanzmassenmessung für den Nachweis, die Zählung und die Größenbestimmung von Proteinaggregaten im Bereich von 200 Nanometer bis 5 Mikrometer. Die MEMS-Sensoren des Systems ermöglichen einen Mikrostrom der Probe durch das Gerät. Das Herzstück des Sensors ist ein schwingender Cantilever, der Aggregate unterschiedlicher Größe und Masse beim Durchstrom zählt und präzise misst. Mit Archimedes wurde die quantitative und qualitative Partikelcharakterisierung im Mikrobereich auf Größen erweitert, die mit anderen Techniken schwer zu analysieren sind. Die hier verwendete Resonanzmassenmessung liefert präzise, wiederholbare Ergebnisse für Aggregatdurchmesser, Masse und Konzentration. Archimedes ist auch für Polydispersesysteme geeignet, da es jedes Partikel unabhängig misst und so ein Bild des Inhalts der Probe zusammensetzt. Archimedes kann aber mehr als nur Proteinaggregate analysieren. Es zählt und charakterisiert auch die meisten anderen Partikel, die besonders interessant Silikonöltröpfchen und Luftblasen. Das Messprinzip bedeutet, dass sich derartige Partikel vollständig von Proteinaggregaten innerhalb einer Probe unterscheiden lassen. Welche Vorteile haben Sie von Archimedes? Wenn Sie Aggregate kleiner oder gleich 5 Mikrometer in Proteinformulierungen nachweisen und zählen müssen, ist Archimedes das Gerät der Wahl. Das Interesse an der Quantifizierung dieser Partikeln wächst gerade bei F&E und Behörden, nicht zuletzt, weil sie mit möglichen immunogenen Effekten in Verbindung stehen. Die schnelle, einfache Unterscheidung zwischen Proteinaggregaten und Silikonöltröpfchen, die häufig über die Innenseite einer Durchstechflasche oder einer Fertigspritze verschleppt werden, bedeutet, dass Sie Aggregate mit Archimedes präzise und ohne Erfassung von Verunreinigungen messen können. Archimedes eignet sich auch bestens für beschleunigte Stresstests, die frühzeitig Daten über die Tendenz eines Produktes zur Aggregation unter Belastung wie Scherspannung oder Temperatur liefern. Am meisten zählt aber die Bedienungsfreundlichkeit von Archimedes. Proben müssen nicht länger verdünnt oder anderweitig vorbereitet werden. Die intuitive Software führt Sie durch Analyse und Datenerfassung und arbeitet Berichte mit genau den Daten aus, die Sie benötigen. Archimedes – der nächste Schritt beim quantitativen Aggregatsnachweis.